So, und ja, dann müsst ihr den Haar nehmen, den müsst ihr nicht. Also, ich geh den nicht wieder hoch. Ja. Müsst ihr einfach, also... Am besten müsst ihr das durch, das schon so. Wann stehst du? Lara, wirst du auch noch, wie geht's? Lara? Ja, ja. Das ist ein Ding. Äh, ja. Wann stehst du? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nicht den. Mach den nicht. Und auch mach und du. Das fach. Ich wüsste mal du mal. Ich stelle zwei eben. Was tust du doch? Ne, den Haar. Wir haben den. Koro sagt fast. Oh nein, okay. Ja. Ich muss auch immer alles fucking halten. Scheiße, Lidl. Ma, wir sind ja noch häufig zu, viel zu proben und so. Ich hab schon mal extra Zeit geholt. Am Funki schnapp du nicht mehr. Ich hab schon gedacht, ich zieh mich in den Kollegen. Und ich kann halt auch nicht ganz ignorieren. Ich seh mal nicht sicher, ob das wirklich etwas bringt. Also, so seriös, der Projekt. Ich hab auch noch nicht. Also, wir werden dazu wohl natürlich. Dass wir hier ein ganz kreativer Spaß tun. Und dass wir hier wirklich professionelle Musik machen. Also doch. Wahrscheinlich wird viel. Also, wir... Ach. Was ist mein Ding? Das ist mein Ding, das Ming Band. Du bist nicht mehr richtig, Pop. Ja, wir haben ein Team hier noch zwei Lieder. Und äh... Ich werde sie von schnitt heißen. Ich werde sie von schnitt heißen. Nee. Und ähm... Ja. Geht ziemlich gut. Äh... Das ist ein schönes Setting für zu proben. Und äh... Muss ich auch noch besser herkommen. Dass es am Anfang ein bisschen kompliziert. Weil wir auch lange nicht spielen. Und so. Wir schmengen. Wenn wir so ein bisschen nicht gewinnen. Dann klappt das ziemlich sehr. Heute proben wir. Ja. Und ja. Ich freue mich schon bei einer coolen Woche. Mit vielen Proben. Mit viel Natur. Und äh... Ich meine, es geht eine coole Zeit. Pist den Drummer vom Dessi Mask. Das ist der Alex. Ein ganz sympathischer Typ. Ich weiß nicht immer sowas. Also... Eins schon. Eins schon. und er lässt schon. Inh... 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 Meinig kanang sowas. Meinig kanang sowas ist ne Alex. Ich ne hört die Momente kurz heute so. Das hier schon. Ein geht ganz gut. Hinäh... Gön kein Problema. Inh nöt hat... Inh nöt hat Satz. Inh nöt hat just Heinz. Ich habe mich beim Proben erwischt. Schön, wenn ich das nicht überleute, dass ich vielleicht ein neues Instrument bei der Band so fürstelle. Wenn ich den Melo besser probiere, dann sind die Melodik, oder? Das sind doch üben, oder? Keine Ahnung. Sie checken das wahrscheinlich nur, wann ich den Tee möchte. Bis zu viel spielen. Never mind. Ja, da sind wir schon, da Nummer zwei. Und ich glaube, da ist Paletti. Wir hatten noch einen ganz guten Start. Meine Menschen da müssen gut führen kommen. Die Stimmung ist wirklich noch immer super. Und ich denke noch, dass das weiterhin so wird bleiben. Wie gesagt, wir sind hier in einem Environment für Kreativitätsförderung. Ich möchte selber seine eigenen Ideen in das Projekt beibringen. Es gibt keine Diskriminierung. Es gibt keine Ideen. Es gibt einen Ruf gemacht oder zur Seite gestoßen. Es gibt alle Menschen getransfaktiert. Und ich denke, wir werden noch weiterhin ein Projekt machen. Die Lützebäuer Musikszene, wie wir sie kennen, verändern werden. Und Ulara, wo müsst ihr heute noch so? Lachen. Skelt. 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 Lara, wo was Ding Baslin? Lara? Hallo? Und wie soll das für was steig scheiß sein, so ein Motten an? Der Tag war der 3. Wir waren ganz produktiv, wir waren ganz professionell hier bei der CMESK. Ein paar kleine Probleme hatten wir, notamment die Incompetenz von einer Band, wenn man auch noch geht. Aber die Incompetenz, wo ich die Basis selber schaffe, kann ich noch nicht für sie lernen. Wir waren sehr positiv, dass wir heute ein Projekt haben, den letzten paar Jahre der Musikszene werden verändern. Und es ist vielmehr gesund, dass man die Musik, die wir hier schreiben, verändern kann. Ja, der Dänisch werde ich mir vielleicht noch gewünscht, als ein Bassist, den dir ein bisschen abhanden kommen. Fleisch können zurück. Mega allweil, nachher immer positiv, dass wir heute große Fortschritte machen, wenn es gut geht. Ähm, ja. Nachher immer positiv. Moin. Ähm, willkommen bei Tag 3 von den CMESK Recordings. Ähm, Rehearsals. Ich wollte jetzt, 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 mit Fee, mein, Workstation weißen, mein Drums. I asked what magic happened. Hi. Sam Ballen. Ah, hi. Ah, hi. Ah, ähm, Mikro. Ah, ha, 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 ha. Ah. Ah, ha, 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 ha. Äh, so, alle gut, als immer dann noch, Dachfeier, ähm, ja, wie der Fleisch gemerkt, und, äh, als Bassistin Clara, als, äh, Namido, mehr, zum Glück, er schubt mir also auf dem Ort gedürcht. Wieder seht ihr nochmal. Äh, Erik, du spielst Fass. Okay. Ah, hopp. Kannst du noch bezählt? Ne, es ist schon nicht gar, alle, ja. Okay. Ne, den ganzen Tag Zeit. Tim, du musst Lara. Du musst, das funktioniert. Du brauchst sie nicht. Du bist der Chef. Du kontrollierst hier Realität. Du brauchst sie nicht. Du bist der Protagonist. Du brauchst sie nicht. Raus! 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 Laura? Was hast du mit Clara gesehen? Was? Was? Was ist denn die Sache nicht? Oh, hat sie mit dem Drumbang gesehen? Hat sie mit dem Kloschgitter gesehen? Wer hat mir einen Scheißfleck drüber geholt? Du hast zwar nicht froh, ich bin froh, ob es Clara gesehen ist. Clara? Ja. Ja, ja. Ja, Okay. Komm, ich geh nicht dran. Arsch, nicht für. Okay. Alex! Alex? Du bist Lara? Geh nicht. Alex? Okay. Okay, nicht leider nicht gesehen. Erik! Rob dich, nur endlich! Ich bin jetzt der Projekte, ich fährte, ich kenne, du bist der Scheiss! Stopp! Wo warst du? Schlimmig Baslinfond. Let's go! Schlimmig Baslinfond Schlimmig Baslinfond Ja! 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 Komm, Mike, komm. Komm, Mike, komm. Und wenn du mal bist, wenn du nicht mehr wirst, wenn du nicht mehr wirst, wenn du nicht mehr wirst. Und du aber wirst! ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.